Wieso nur bloß Kanone? Die Lock-An-Raketen, oder warte, funktionieren die Lock-An-Raketen? Warte, da ist ein Fahrzeug, da fährt ein Fahrzeug. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. In unsere Richtung. Ooooooh! Little Bird, Little Bird, ich glaub ja die Little Bird. Ja, wo ist er? Fliegt 12 Uhr. Fliegt? Fliegt, ja, fliegt. Fliegt um die Base, fliegt jetzt, ist jetzt genau über der Base. Ich seh's, ich seh's. Negativ, das kann ich mit meinen Raketen nicht machen. Kann ich bloß mit Kanone, oder hast du noch irgendwelche Sachen? Nee, nee. Negativ, den treff ich nicht, ich schieß jetzt auf ihre Base rauf. Okay. Ich glaub, Galle. Feindlicher Fahrzeugkontakt, feindlicher Fahrzeugkontakt. Wo? Auf 115 Grad. 125. 125? Ja. 2 Stück. 2 Stück. Positiv, hast recht, hast recht. KBZ, KBZ. Feuer frei. Positiv, KBZ am Visiert. Warte, der vergibt sich grad in dein Gebäude. Ah ne, doch nicht. Rakete weg, Rakete weg. Nein, Rauchwand. Abwarten, abwarten. Oh, Little Bird kommt der. Ja. Sie rammt uns. Was für Angst. Ey, zum Kotzen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, diese Spösten. Oh, scheiße. Digi predominantly. Oh, und.